Ich bin Jakob Maria Sonntag. Das ist mein Freund der Münzer Moritz. Wir sind zwei freie, ehrbare Fremde und lassen uns nicht von einem Würstel wie Ihnen als Gesindel beschimpfen. Der Anski sagt gerade, dass wir in München fahren, um Spaß zu haben. So wie wir heute draufsehen können, ich sie ihn haben. Und zwar Länge mal Breite mal Höhe. Los! Der Moritz hat recht. Gut, schauen wir aus. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich weiß, dass ich Scheiße finde. Was? Die zwei fehlen mir jetzt schon. Mir auch. Das war sehr gut! Das war genau. Das soll nicht, ich wünsche mir keinen Bock Assessment